Ein strahlend klarer Wintertag im hessischen Fulda. Während in der Innenstadt die Einheimischen und die Touristen das Wetter genießen, wird nur wenige Kilometer entfernt im Gewerbegebiet in Dipperz eifrig gewerkelt. In nur drei Tagen Bauzeit ist hier bei der Firma Klübertransporte ein neues zweigeschossiges Verwaltungsgebäude aus Swiss Chrono Magnum Boards entstanden. Wir sind in Butler in Thüringen. Hier werden die Swiss Chrono Magnum Boards in der Magnum Board Manufaktur Deutschland für das neue Gebäude in Fulda verarbeitet. Aus den bis zu 18 Meter langen OSB-Platten von Swiss Chrono entstehen hier Wand-, Dach- und Deckenelemente für den Hausbau. Jedes Element erhält anschließend eine Nummer, die im Bauplan verzeichnet wird. So kann der Aufbau des Gebäudes in kürzester Zeit erfolgen. In Dipperz dauerte es dann nur einen Tag, bis das Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes errichtet war. Der Vorteil am Bauen mit Swiss Chrono Magnum Boards, die Aufbauarbeiten können bei nahezu jedem Wetter erfolgen. Die Wandelemente aus der Magnum Board Manufaktur Deutschland sind so perfekt vorbereitet, dass bei der Montage alles rund läuft. Ein Streifen Verbundmasse wird aufgetragen. Das reduziert den Schall optimal und macht die Außenwände Luft und Wind dicht. Anschließend werden die Wände in die Vertiefungen eingelassen und verschraubt. In den Swiss Chrono Magnum Boards befinden sich bereits die Bohrungen für die zu verlegenen Medien. Das verkürzt auch die Zeit, die für den Innenausbau des USB-Gebäudes benötigt wird. Die Malerarbeiten können ebenso direkt auf dem Magnum Board Element erfolgen. Wer mit Swiss Chrono Magnum Boards baut, nutzt nicht nur den ökologischen, weil nachwachsenden Rohstoff Holz. Die Bauherren sparen zudem Platz im Innenraum des Gebäudes. Ein großer Vorteil vor allem im Hinblick auf die Immobilien, die verkauft oder vermietet werden sollen. Viele Argumente, die für den Bau mit Swiss Chrono Magnum Boards sprechen. Swiss Chrono Magnum Boards, ein ökologischer Baustoff, so flexibel zu gestalten, wie Ihre Idee vom Haus.